Willkommen bei einer weiteren Aufnahme! Mittelerde, Mordor Schatten, die Bestie du sagst ist in der Nähe! M, Jagdhaushorn anzeigen! Äh, welche Bestie ist denn in der Nähe? Jagdhaushorn, töte 5 Geflügel und Tiere! So, wie versprochen habe ich erstmal ein bisschen trainiert. Ja, jetzt haben wir hier ein paar Nebenquests neu und ich glaube wir machen die auch gleich. Ja, dazu gibt es solche Würfe zu machen, wir machen die jetzt einfach. Hm, ich würde sagen wir gehen... Ja, wo gehen wir da jetzt endlich? Wir gehen einfach, lass mich da hin. Sieht aus wie eine Bogen-Erweiterung. Na, wo ist denn? Oh! Nee, du hast mich nicht gesehen! Aber überhaupt nicht. Hör nicht auf zu kämpfen, Waldläufer! Ich habe es nicht vor, ehrlich gesagt. Ich habe nicht vor aufzuhören. Na? 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 Ja, das hört er nicht. Los! Kletter runter! Du hast nichts gesehen! So, jetzt will ich mal austesten, ob das wirklich funktioniert und... Ja, tatsächlich, es funktioniert. Ich informiere mich übrigens auch ab und zu mal, wie die Steuerung funktioniert. Was hast du grad gelabert? Warte mal, ich guck zu dir hoch. Da kannst du es mir vielleicht genauer erläutern. Hab gehört, am Schlund würde es Ärger geben! Ich... Halt dein Schlund zu! Oh, was haben wir denn da? Ach, nett! Vielleicht kann man nicht bei dir die Aschenhaut nehmen. Die du ihnverfüllst. Warum, wenn sie die Aschenhaut... ... Da ist eh noch ein Tier... Ach, da drinnen ist die Bohm-Auswaltung. teams Dann gehst du mal! Hä? Hat dich jemand irgendwie entgegen? Nee. Albert... Giltoniel. Eines seiner Feinde überfielen Sange die Hymne des Elm-Volkes. Er war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Vorbild der G generalisprung ist Atscar. Natürlich! Oh, Leute. Wo kriege ich Elvengeschosse her? So, und wer? Ey, wer, wer trifft mich denn hier dauernd? Ach, die hinter mir! Ach, von überall! Au, au! Bitte, Frieden sei mit euch! Au! Rott noch auf damit! Das ist nicht nett! Nicht nett! Nicht nett! Nicht nett! Nein, was machst denn du? Ah, 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 ah! Äh... Äh... Epicness! Könnt ihr mich mal nicht eine Sekunde lang in Ruhe lassen? Hm... Gleich stürzt du! Wo... Ach... Ich muss hier nicht mal ganz kurz Pause machen. Was? Keine Pfeile mehr? Doch, ich hab noch Pfeile. Nein, was? Hm, knetter doch nicht überall hoch da in dir. Ich will grad anderes tun als dein Kinderkram. Ja, das merke ich auch, dass du mich grad zerstörst. Ah, endlich. Oh. Der Pfeil hat gesessen. Der Pfeil hat gesessen. Mach zwei. Ah! Urks, die dich getötet haben, können Hauptmann zu einem Kampf um ihre Position in Sauns Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Ah, ich wünsche wegen der Berichte über einen Grauk in der Nähe. Ach, schade. Lass mich raten, stärken Grauks. Was sind diese Firma aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Haben wir den Quest jetzt eigentlich nahe? Ich hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir den jetzt geschafft hätten. Okay, würde ich sagen, Versuch zwei. Wir könnten übrigens mal ein bisschen skillen hier. Fällt mir ja grad ein. Ja. Eben gleiches Geschick. Hört sich doch gut an. Was haben wir noch? Mehr Pfeile. So, das war's erstmal. Oh. Don't. Mach's nicht. Ja. Der Tag ist wohl abgehauen. Nee, bin ich nicht. Pff. Diesmal schaffen wir's aber. Na? Genau. Ich forme sie neu. Zeit für einen Cooler. Äh. Was? Wo kommen denn die Pfeile her? Ich bin doch hier unter dem Felsen. Wie könnt ihr denn durch Felsen schießen? Sagt mir das. Ja, überall, 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 überall. Wir wissen, dass ihr gut zu schützen seid. Lasst mich in Ruhe. Los, lauf! Gibt's ja irgendwo ne Pflanze, die heilt? Ja, hier vorne gibt's ja irgendwo ne Pflanze. Die ist natürlich oben, oder? Ich kämpfe doch. Seid ihr ein bisschen fairer und kämpft nicht zu 10 gegen einen einzigen Typen? Ah, Mist. Ja, los, komm. Heieieiei. Erstmal neue Pfeile holen. Ja. Los, komm Pflanze, spawne bitte neu. Ja. Das sieht doch schon ganz gut aus. Ich gucke mir, ob ich ein bisschen doof für mich gehe, als ich im Kreise renne. Ey, das ist mit der Aimgeschwindigkeit, das ist echt geil. Ja, genau, stelle ich auf den Präsentierteiler. Das ist so 8 von 10. Ey. Nie wieder wohl gehabt, eine Herausforderung. Ich hab doch alle Langeweile. Lass mich jetzt einmal schießen. Ja, das war ja klar. Ja, das kenn ich schon. Komm schon. Zwei, oh, so. Ja, ja. Los. Aber ich... Ich hab doch alle, oder? Wie töte alle Schützen. Aber ich... Ich hab doch alle, oder? Wie töte alle Schützen. So, jetzt aber nur einer. Ja. Ja. Ja, schließe alle Bogen und nehmen Missionen ab, um Mirian M zu halten. Ja. Mit Asks Agrakas Flamme erhältst du unbegrenzte Elmgeschosse, Fokus und Brandpfeile. Fähigkeitspunkte halten. Ja. Ist schon wieder eine Zeit her, seit ich jemandem den Kopf abgeschnitten habe. Verbesserung? Ja, wir haben einen Fähigkeitspunkt, mit dem wir leider nichts anfangen können. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang die Folge schon ist. Aber ich würd sagen... Wir machen noch einen einfachen neuen Quest. Wo sind wir? Da sind wir. Zeichne Macht und schalte für die durchgängliche Fähigkeit Terrorisieren frei. Dürfen wir das schon machen? Nee, ist wieder ziemlich verschlossen aus. Mach einfach den Widerstand. Ja, der Widerstand. Ich würd sagen, da reiten wir mal hin. Das geht alles viel einfacher. Na, komm raus. Tail... Sof Tail, warum triffst du nicht? Oh Gott. Oh Gott. Nicht... Böser Mark. Äh, äh, der Taster. Mein Karagor. Oh, was? Wo sind wir? Na? Ja, genau. Komm nicht zu dicht an mich ran. Oh, was ist das denn? Oh nein, nicht so ein Vieh wieder. Oh, was ist das denn? Oh nein, nicht so ein Vieh wieder. Oh, das hab ich den gemacht. Äh... Uiuiuiuiui. Ich glaub das wird nichts. Ich mach dem... äh, gefühlte Null Schaden. Gefühlt der Null meine ich wirklich Null. Au! Okay, ich hole dich ab. Ich hab keine Zeit für euch. Genau, auf der Spur. Echt? Das kann nicht nur so ein paar Kisten springen. Ach, das war nichts. Wo ist er denn? Er lebt doch hier und... Wo ist er denn? Uiuiuiuiui. So, danke Fluffy. Aber jetzt ist hier Schluss für uns beide. Und jetzt ist das, was ich bedenke, dass die Flur hier war. Und nun... ... der Widerstand. Diese Menschen verweilen die Befehle ihrer Urukern. Rette sie, bevor sie hingerichtet werden. Etwa auf Zeit? Oh Gott, hoffentlich nicht auf Zeit. Nichts. Nichts. Mir passt der Gestalt dieses Menschen. Abschaus nicht. Für mich riechen sie nach Abendessen. Der Geschoss der Antreiber wird uns niemals einen weiteren geben. Wir hatten ja schon... Genau. Du kannst nicht aufhören zu arbeiten. Wenn du nicht arbeitest, müssen wir... Tja, die faulen Säcke solltet wohl lieber arbeiten. Was? Wer bist denn du? Gib mir dein Blut! Ich brauche mein Blut! Ich brauche mein Blut! Ich brauche mein Blut! Äh... Nee. Genau, es könnte zurückkommen. Und weg mit dir. Tja, ich hab dich gewarnt. Weg mit euch! Weg mit euch! Ach, ehrlich? Ja... Du sollst mal aufhören, jetzt loszuschneiden? Oh... Was ist denn hier los? Gefällt dir der Todgrab, Wankler? Ich schicke dich dorthin zurück! Ey, bist du wirklich jetzt aufgestanden? Hab ich denn gerade etwas gehört? Feilige Scheiße seid ihr zu... Ihr seid ganz schön viele. Heff mich! Du wirst niemals sehen! Ja, hau doch ab! Wir sehen uns wieder und ich werde mich retten! Das ist doch... Den hole ich mir doch! Du fließt nirgendwo hin! Du fließt nirgendwo hin! Du fließt nirgendwo hin! Könnt ihr mal aufhören, so viele zu sein? Bleib da! Geben, du fließt nirgendwo hin! Du fließt nirgendwo hin! Ich bin gerade ein bisschen stöder! Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, hier nicht völlig darauf zu gehen! Ehh! Weg mit dir! Na, der Schmerz schmeckt dir, Wolf! Du bist hier! Ach, wie hätte ich ein Schwert kosten wollen! Hallo, Donnell! Danke! Das war gerade zwar nicht so heimlich, wie ich es eigentlich gerne hätte. Lasst uns nicht im Stich! Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot! Hast du das gehört? Nein, das habe ich nicht! Nur an die Arbeit! Los, komm, halt dich fest! Hoch, hoch, hoch! Tja, ich hoffe, du hast recht! Drittes... ... habe einen von drei Sklaven gerettet. Oh, wer ist das denn? Wir haben den Urk-Hölen auf Patrouille gegeben! Sollte ab und an nach oben blicken! Ach du Scheiße! Wer bist du denn? Der Höhlensohn sagte mir, sei Karagor sei satt! Der Knochen-Sammler! Der Knochen-Sammler! Eindringling! Der Knochen-Sammler! Der Knochen-Sammler! Oh, wenn da etwas war, sollte sich fernhalten! Das hört sich nicht gut an! Ach du Scheiße! Der Knochen-Einer von unten! Uruks sterben die ganze Zeit. Muss wohl Grog gestohlen haben. Ich will das zuarmen. Ich rieche etwas. Halt, schnitt die Bande aus! Der Wandläufer! Lass mich nach Blut! Lass mich fressen! Ihr könntet mir ja auch meine Chancen lassen und alleine angreifen. Wie wär's denn damit? Weg mit euch! Ich habe andere Sachen zu erledigen. Ah ja, schön hingerichtet! Weg mit euch! Nee! 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 Stirb! Ich bin ein einfacher Bürger! Ach, kommt schon! Lass mich doch mal in Ruhe! Ich bin ein einfacher Bürger! Ich bin ein einfacher Bürger! Ach, da ist ja doch jemand! Dich bestrafe ich ordentlich für das ganze Theater! Ja! Ach, das glaub ich dir gar nicht! Ja, das glaub ich dir gar nicht! Oh, das tat weh! Dafür werde ich sicherlich befördert! Wer ist das? Was hältst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn! Ja! Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Nichts und ich folgte dem Ruf! Okay! Gut! Also, wir sehen uns dann das nächste Mal beim Quest direkt wieder! Ja, und da würde ich sagen, bis morgen! Tschüss! свои Formen pasta